Hallo zusammen, hier ist der Manuel und ich möchte mich heute aus aktuellem Anlass mal wieder melden. Heute ist der 1.11. und ich wache heute auf, schaue so auf Facebook und was sehe ich da? Hier ist die Kamera. Ich sehe, dass der Herr Christoph Hörstl die Partei Deutsche Mitte verlassen hat und zur Neugründung einer neuen Partei aufgerufen hat. Und zwar hat die neue Partei den Namen Neue Mitte. Und dann gibt es halt auch so Leute wie mich zum Beispiel, die vielleicht auch noch 4 Jahre zurückdenken können und dann denke ich mir so, hä? Was? Neue Mitte? Das gab es doch schon mal. Und irgendwo hatte ich wie so einen Timelapse im Kopf praktisch. Also die Timeline, wie beim Las Vegas Shooting, war auch bei mir irgendwie durcheinander. Und da habe ich mir gedacht, jetzt musste der Sache doch nochmal auf den Grund gehen. Welche Partei ist jetzt eigentlich die Neue und was ist die Alte und um was geht es hier eigentlich? Und da habe ich mir natürlich die Mühe nicht gescheut, hier mal ein paar Sachen für euch vorbereitet zu haben. Schalten wir mal um. Und zwar könnte dieses Video auch heißen, die alte neue Mitte oder neue Mitte, deutsche Mitte und zurück. Oder wie man bei uns in Bayern so sagt, der Fisch beginnt immer am Kopf das Stinken. Aber dazu möchte ich später kommen. Hier einmal die zeithistorischen Fakten. Tada! Im Mai 2013 wurde die Partei Neue Mitte gegründet und vom Bundeswarnleiter anerkannt für die Bundestagswahl 2013. Soweit hat es Herr Hörstel und die Partei dann aber doch nicht geschafft. Denn wie wir hier sehen können, am 26.08.2013 ist Herr Hörstel dann aus der Partei die Neue Mitte ausgetreten. Und hat wie in einem Artikel vom 28.08. bereits am 26.08. also am selben Tag die Gründung einer neuen Partei ausgerufen. Hier eben der Name Deutsche Mitte. Die Partei hat es dann natürlich nicht mehr zur Bundestagswahl 2013 geschafft. Das Ganze hat dann vier Jahre gedauert. Wir schreiben das Jahr 2017. Die Partei Deutsche Mitte ist an allen Wahlen mehr oder weniger kläglich gescheitert. Und am 31.10.2017 war es dann wieder soweit. Herr Hörstel tritt auch aus dieser Partei aus. Gründe dafür sind natürlich das Unvermögen anderer, vor allem aber auch finanzielle Probleme, organisatorische Probleme, so wie er selber in einem Rundschreiben auch schreibt eben. Und bereits einen Tag später, vielleicht sogar auch am selben Tag, gründet Herr Hörstel die neue Partei Neue Mitte. Und jetzt stehe ich natürlich hier und denke mir, WTF, was ist eigentlich los? Um das Ganze vielleicht auch noch grafisch ein bisschen einfacher darzustellen, haben wir dann eigentlich diesen Kreislauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wir uns dann befinden. Das wäre jetzt 2013. Dann hat er hier 2013 schon die Deutsche Mitte gegründet. Dann sind wir hier 2017 aus der Deutschen Mitte raus. Die neue Mitte wird wieder gegründet, auch genau das gleiche Logo. Und wie es weitergeht, könnte man sich ja natürlich auch denken. Und da frage ich mich, für wie blöd kann man Menschen eigentlich halten? Aber die Frage kann sich wahrscheinlich dann jeder selber beantworten. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen im Netz zusammengesucht, ein paar Meldungen und habe auch noch ein bisschen Recherche betrieben, um das Ganze auch wirklich exklusiv hier zu halten. Das sind Inhalte, die hat noch niemand so recherchiert. Naja, auf jeden Fall vor 13 Stunden, jetzt ist es 13 Uhr, also eventuell noch am 31.10. Hat hier Hörstel gepostet, Gründungsaufruf, neue Mitte. Die neue ethische Bewegung muss unsere politischen Ziele effizient in die Bevölkerung tragen und dies möglichst ohne unnötige Reibungsverluste. Hier wird auch eine Internetseite genannt. Da habe ich natürlich erstmal gegengecheckt. Was sagt die Deutsche Mitte dazu? In der Deutschen Mitte, hier bereits am 31.10. zu lesen. Heute Mittag hat unser Bundesvorsitzender Christoph Hörstel ebenfalls sein Amt niedergelegt. Dann gehen wir auf die jetzt neue Website der Neuen Mitte zu finden unter www.neuemitte.org. Hier als Grafik hinterlegt ein kleiner Infotext. Ich spare euch das, ihr könnt euch das selber durchlesen, aber im Grunde geht es darum, neue Partei wird gegründet. Wer aus der alten Partei austritt und jetzt in die neue Partei rein will, braucht drei Aufpasser, drei Empfehlungsgeber, damit auch gecheckt werden kann, wer jetzt hier wieder in die neue Mitte reinkommt, damit da eben Störenfriede auch schnell ausgemustert werden können. Damit Herr Hörstel einfach ein bisschen es einfacher hat und nicht so viel Gegenwind bekommt. Ganz wichtig ist natürlich auch wieder hier der Spendenaufruf. Das darf natürlich nie fehlen, dass ordentlich um Spenden gebeten wird, damit die dann einfach in irgendwelche Projekte investiert werden, die ungefähr genauso erfolgsversprechend sind wie der Flughafen in Berlin, hätte ich fast schon gesagt. Wenn man sich das hier durchliest, hört sich das fast genauso an wie eine Meldung aus dem Jahr 2013 eben zur Gründung damals der deutschen Mitte. Die deutsche Mitte soll langsam und in guter Verbindung unter den Menschen wachsen, immer auch mit direkten Draht zu den Gründern. Ja, halt eben, ja, dafür werden wir eine Gesprächsforum einrichten, bla bla bla. Ähm, ich sehe es als meine Pflicht an, möglichst viele Menschen für die Sache der Ethik in der Politik. Ja, die Ethik in der Politik. Das scheint hier immer ganz wichtig zu sein. Jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen mal, was meldet jetzt noch die deutsche Mitte, also praktisch die Hinterbliebenen auf dem sinkenden Schiff, auf dem organisatorischen Müllhaufen, könnte man fast schon sagen. Ähm, da gibt es nämlich noch den Herrn Tolzin. Der wurde wohl vor kurzem erst suspendiert, das kann man hier lesen. Und zwar vom Bundesvorstand, Herrn Hörstel, wahrscheinlich himself. Das haben die jetzt natürlich wieder zurückgenommen. Und Herr Tolzin schreibt hier, dass er ihm erstmal dankbar ist für die Gründung, bla bla bla. Und interessant ist es dann hier, bei aller Begeisterung für die Sache und für den rhetorisch gewandten Vorsitzenden wurde mit der Zeit auch mir klar, dass Hörstels Führungsstil nicht ganz dem entspricht, was man sich gemeinhin unter Teamwork und Basisdemokratie vorstellt. Einsame Entscheidungen, die nicht diskutiert werden durften, auch nicht von anderen Mitgliedern des Bundesvorstands, waren in der deutschen Mitte der Alltag. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, das wäre natürlich total interessant mal nachzulesen, wie war das denn damals 2013, wir erinnern uns, als Herr Hörstel eben aus der neuen Mitte ausgetreten ist, was haben denn da die Hinterbliebenden so von sich gegeben? Und wenn man da ein bisschen recherchiert, da gibt es eine Internetseite, die nennt sich web.archive.org, da kann man nämlich auf alte Internetseiten noch zugreifen, die schon längst nicht mehr online sind, weil zum Beispiel die Domain gekündigt ist. Und hier ist zum Beispiel noch eine Meldung, das ist jetzt aus dem Juli 2014, also so ein Jahr nachdem Herr Hörstel damals diese Partei verlassen hat, und da konnte man eben hier noch folgende Meldung finden. Die Partei Neue Mitte befindet sich nun seit dem Austritt unseres ehemaligen Vorsinnen Christoph Hörstel am 26.08.2013 einer Umstrukturierung. Und hier ein paar Gründe zum Austritt von Herrn Hörstel aus seiner alten Partei, also seiner alten neuen Mitte. Christoph Hörstels Führungsstil stimmte nicht mit den Vorstellungen unseren wachsenden, aktiven Mitgliederschar überein. Die Landesverbände forderten mehr Transparenz, bessere Kommunikation und ein größeres Einbinden der Mitglieder. Fehlende Transparenz und das eigenmächtige Handeln von Christoph Hörstel brachten die neue Mitte in eine wirtschaftlich prekäre Situation. Die Landesvorstände forderten deren Aufarbeitung sowie eine Stellungnahme des Bundesvorstandes. Christoph Hörstel entzog sich den Geschehnissen durch seinen Auftritt, was wir bedauern. Und da frage ich mich jetzt ernsthaft. Checkt es niemand? Checkt es niemand, dass es hier genau zweimal nach Schablone F abgelaufen ist? Und normalerweise würde man sich ja die Mühe machen, vielleicht die gleiche Scheiße wenigstens in einem neuen Kleid zu verpacken. Damit es wenigstens vom Anschein her einen Unterschied macht. Aber nicht mal diese Mühe wird sich gemacht, sondern da wird halt einfach wieder das Kleid der neuen Mitte als neue neue Mitte jetzt ausgepackt. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Ich möchte da auch wirklich nur meine Meinung kundtun. Aber ich denke jetzt aus reiner Manager-Sicht, aus reiner Sicht, wenn man eine Verantwortung für etwas hat, weil man das eben initiiert hat, weil man sowas gegründet hat, und das zweimal genau nach dem gleichen Schema F an die Wand fährt, dann würde ich mich als allererstes an meine eigene Nase packen. Das wäre genauso, wenn ich jetzt die Idee hätte, einen Fußballverein zu gründen und nach vier Jahren ist der pleite, dann gründe ich den nächsten Fußballverein und dann ist nach vier Jahren wieder pleite und dann komme ich auf die Idee, das liegt nur an den schlechten Spielern, das liegt aber nicht an meiner Qualität als Manager oder Trainer, ja dann hat man wirklich ein Problem. Und ich sage es so wie es ist, mir tun eigentlich die Leute leid, die diesen ganzen Projekten immer Geld spenden und da ihre Hoffnung reinsetzen und dann wirklich so krass verarscht werden und nach vier Jahren halt so, wir lernen aus unseren Fehlern, wir müssen das jetzt neu machen, die Struktur ist zu verseucht oder wie auch immer, wir befinden uns in einem Desaster. Ja und dann verlasse ich das sinkende Schiff und mache das nächste Projekt auf. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute einfach aufwachen und checken, dass das einfach hier wieder ein super Beispiel ist für das, dass es halt eben nicht um gesellschaftliche Verbesserung oder Veränderung geht, sondern hier geht es rein um die Egos von irgendwelchen Protagonisten und ja, ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich hatte ja auch schon im Jahr 2015 ein Video gemacht, da möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, die Denkfehler des Christoph Hörstl, aktueller denn je, aber eigentlich scheiße ich doch auf die Denkfehler von irgendjemandem, mir tun eigentlich nur so Leute leid, die solchen Leuten dann nachrennen und vor allem die auch noch ihr hart verdientes Geld, das ist eigentlich das Schlimme, ihr hart verdientes Geld in solche Loser-Projekte stecken, in solche absoluten Loser-Projekte, aber gut, muss jeder selber wissen. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Mitte, werde ich auf jeden Fall verfolgen, bis zum nächsten Mal, euer Manuel, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel, ciao.